und da war der typ kann ich hier irgendwie markieren dass da noch was ist andere planeten zentrieren geheimnisse ich kann anscheinend nicht selber eine markierung setzen das ist ein bisschen schade abkürzung freigeschaltet jetzt kann ich hier hochklettern das ist wie dark souls verrückt ist es okay wenn wir uns daran bedienen wo willst du hin also was war drin nicht schwert teil da kommen wir her ja das ist gut gemacht ich habe instant das bedürfnis hier rum zu laufen und zu gucken ob irgendwas in den ecken liegt ich kann gegner scannen das block sind bewegliche große insekten die also die ja man weiß es nicht nicht in den rücken fallen bitte kann man nur einmal scannen scheinbar nicht mehrfach für mehr infos was ist das ist das zum klettern kann man nicht du hast alles kartografiert geblockt und vorne ich schaffe es nicht darüber es muss noch ein weg geben da ist ein weg könnte ich runter darüber und da ist was ich habe gesprungen hin man nicht okay gut muss ja auch nicht da ist auch so ein tier hätte ich in der luft drücken müssen eine bockrate graben sich im boden ach beim praktischen leitfaden steht das umgegen als täuschen sie angreifen einfach superieren lass dich nicht umzingeln und noch tausend andere infos ok kein besser tun mit was ist es das pontomaterial und später an da gibt es noch nichts anderes für uns bald wir holen uns mal aus nein geht doch einfach zurück zurück einfach zurück okay wort ist happening damit wollte jemand unbedingt zum gewölbe mit den echoes steigert meine fähigkeiten sachen merkt so eines reisenden hier kann ich das mitnehmen kann man nicht das ist doch aber zum klettern hier oder das ist ein kletterturm ich habe den genau gesehen der hat rechts und links haken zum hochklettern spiel du musst überall hochklettern wo du willst über den hochklettern ja da hast du pech gehabt kann ich dir noch mal kaputt machen gibt mir das noch mal erfahrung ich dachte ich habe den sie nur eingegraben die sau also wieder heilen was ist nicht so kommen wir nie voran so 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 da ist nichts am happenen ok oh gott so 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 Ich glaube, sowas wird nicht schon mal gesehen. Ach, dass der zweimal zubeißt. Isst du mich los? Meine Güte. Wie frech. Was ist das? Ja, das möchte ich auch wissen. Ob du. Trenne die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen ab. Ah, das ist clever. Okay. Alter. Sack. Hier ist ein Kletterding. Nee, ist nur Dreck. Okay. Du möchtest, dass wir das machen? Okay. Okay. Das kennenlässt. Ich krieg's nicht zum Laufen. Ja, dann. Ach so. Okay. War ja nur so eine Idee. Ich hab das Gefühl, dieses Spiel ist viel größer als ich dachte. Ich dachte, wir haben hier schön lineare Story-Level, aber... Puh. Äh... Was können wir lernen? Sprint-Attacke? Okay. Oder... Maximum Leben erhöhen? Oder... Maximum Macht erhöhen? Ich glaub, mit Leben... Mache ich nichts verkehrt. Das kann man immer mal gebrauchen. Also... Das war Absicht. Das wollte ich genauso. Das sollte so passieren. Ähm... 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 Vielleicht später. Okay. Ach, die Fische ist Kenntor. Ja, ich muss jetzt nicht jeden Eintrag hier lesen. Ah, neue Terrarium-Samen. Da kann ich auf dem Schiff noch mehr Pflanzen anbauen, wahrscheinlich. Die sind mir ja gleich aufgefallen. Ich get it. Das ist alles connected. Okay. Die Emote-Ball ist hinter der Spielzähne. Nein! Jetzt nicht mehr. Danke für den Hinweis. Das ist, weil wir eben die Elgato neu hinzugefügt haben, die Quelle. Dann ist die ja immer ganz oben angeordnet. Okay. Ähm... Wie komme ich hier wieder raus? Ich dachte, ich muss da dran hochklettern. Und darüber. Und dann da. Aber... Apparently not. Ähm... Das haben wir nicht. Ich muss an diesem Drachenvieh vorbei. Das wäre mir äußerst unangenehm. Oh, oh. Hallo. Äh... Ich, äh... Ich gehe hier mal kurz durch, ja? Ist das in Ordnung? Ja, klar. Wir bleiben kurz stehen und scannen was. Ist in Ordnung, ne? Danke. Siehst du was da drin? Ich sehe was da drin. Die Wand leuchtet blau. Ist das ein riesiges Auge? Ah, Wandlauf. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Master. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündeten. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Fokussiert. Gut. Nochmal. Schneller. Mehr Intensität. Erneut. Auf ein neues, vertraut ihr selbst. Ja, Meister. Plump. Hat er plump gesagt? Okay, ich muss nicht doppelt drücken, ich muss einfach nur laufen. Okay. Gut, Fadava. Und dann den richtigen Moment zum Absprung finden anscheinend. Oder muss ich doch einfach nichts drücken? Das macht er alles alleine. Ich mach da alleine. Jetzt komm her zu mir. Okay. Bist du bescheuert, Marc? Du kannst doch nicht so einen Lärm machen, während da oben so ein Vieh runterguckt. Aber danke und hallo. Danke für dein Abo. Dinosaur Power. Da oben ist er. Ähm. Von welcher Seite kam ich und wo wollte ich hin? Okay, damit kommen wir hier hoch anscheinend. Oder auch nicht? Ist das hier nur zum Trainieren? Oder ist das für irgendwas gut? Okay, ich gehe mal davon aus, dass das nur zum Trainieren war. Muss ich gedrückt halten? Oder muss ich nicht gedrückt halten? Wenn ich gedrückt halte, macht er das. Wenn ich nur einmal drücke, macht er das gleiche. Okay. Das ist dem Spiel völlig wurscht. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Welche Abkürzung? Ja, kann ich einfach spielen, bitte? Danke. Ah, ich verstehe. Spiel ist schlau. Spiel macht Dinge. Das ist ja praktisch. So jemanden suchen wir. Auch da. Auch da. Danke. Ich habe das verstanden mit den fast neun Monaten zu früh. Nein, zu früh, zu früh, zu früh. Ah. Mal. Äh, Prince of Nar Shaddaa oder so. Nein, nicht zu früh abspringen. Ach, du Depp. Das Spiel hat aber auch viele Tasten, die man immer drücken muss, dann zum richtigen Zeitpunkt. Könnt euch das gar nicht vorstellen. So. Kätzchen kennt das nicht, was? Kätzchen ist gerade rauchen. Ihre wohlverdiente, vertraglich vereinbarte Pause. Aha. Echo-Lokation. Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Das kann ich gut nachvollziehen. So, wir speichern nochmal. Prince of Dark Souls. Fallen Order. Da ist er, der hier gucken wir an wubel 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 können darüber laufen von euch gab es hier noch einen der ist nur groß schwere knochen ich habe ich vergessen okay okay um ah wut 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 da ist eine tro komme ich von der leine aus hin i see i see i see also jetzt können wir hier lang da lang also so kommen auch an die truhe das auch gut so ist auch cool also was war drin neuer lichtschwert schalter nice aber mit dem hier kann ich nur von oben runter fahren nicht umgekehrt na okay das macht mir aber da hinten noch nicht die brücke wieder auf auf na gut na gut